Und damit zurück bei Need for Speed. Hey, yo, was geht? Ich cruiser durch Royal Park. Ist zwar nicht sehr königlich hier, aber was soll's, oder? Wer bin ich schon, neben dem Champ? Komm rüber, fahren wir eine Runde, bevor die Cops auftauchen. Peace. Lois, Bike, Karte? Fahrdachsrundkursrennen mit Spike. Tageschallenge? Okay. Alles klar. Rette mich, bitte. Ich krieg einen Koller, oder hab ihn schon. Oder krieg ihr noch. Tut mir leid, ich schweife ab. Ich muss einfach raus. Treffen wir uns? Ein Nein gilt nicht. Komm lieber vorbei. No, ich kann da nicht zu jenem kommen. Ist sicher eine Menge los, aber ich mach mal Pause. Mal sehen, was noch passiert. Ja, genau. Ich brauch auch meine Auszeit. Wo ist Robin? Keine Angst, Zweig. Sie wird kommen. Ach, nein, Mann. Ich mein ja nur. Weißt du, die ganze Crew zusammenzubekommen wäre gut. Das ist alles. Mhm. Dein Geheimnis ist sicher bei uns. Und beim Rest der Welt. Hahaha. Leck mich. Was ist mit Travis? Keine Ahnung. Ich schreib ihm nochmal. Warum fahrt ihr nicht alle zum Deiner und ich komm nach? Klingt nach nem Plan. Das klingt wirklich nach nem Plan. Na, schauen wir mal auf die Karte, was wir machen können. Was am nächsten liegt. Okay. Wir haben da was klar gemacht mit einem Freund von Travis, der Hot Rods baut. Du kannst sie jetzt kaufen und fahren. Das wird eine tolle Zeit, mein Freund. Ja, 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 ihr habt's alle eilig, ich weiß. Ich glaub wir fahren das mal zu Amy machen, da ist mal der Sprint drin. Dino treffen kann man immer noch. Wenn man das doch gleich mit war. Oh, der Sound ist so episch. Yeah. Da ist nämlich immer ein schönes Bildchen. So, dann können wir nochmal hier ein Reizuch. Ja. Jetzt können wir auch mal ein Reizuch. Okay, schalten wir mal einen Gang rauf. Ich glaub noch zwei hier raufschalten, so ist es halt nicht. Sorry, dass ich die Decke drücke. Aber wir müssen nicht immer quatschen, wenn ich hier gerade fahre. Das sieht ein Knot. Hier kommt jetzt die Knoten. Aber wir müssen jetzt hier weiter. Hier ist einfach ein Knoten. Das ist doch ein Knoten. Und hier ist auch ein Knoten. Ich bin doch ein Knoten. Das hier ist so gut. Jetzt fährt die Truppe. Ja. Für die Truppe. Geht mir jetzt hier ab. Bisschen Schatten. Soll der Golf, wird das alles sein? Das ist ein Freund. Das ist ein Freund. Das ist doch schnell. Das ist doch nicht. Ich bin jetzt hier im auch hier im der Saal 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 17 16 17 19 20 Ja, ist ein bisschen schwerfällig, der Suba auch. Kein schlechter Lauf. Lust auf ein Zweierrennen? Checken, was dein Wagen kann? Meld dich. Ja, aber jetzt nicht. Okay, schwer. Mal ein bisschen Kohle noch verdienen, Amy. Dann kann ich es, glaube ich, besser mit ihr aufnehmen. Fahren wir mal zu. Wann fahren wir denn jetzt hin? Okay, die Karte ist schon ziemlich riesig. Ich würde sagen wir von... Drift. Na ja, ist noch ein bisschen Lämser. Ich probiere mal das Bike aus. Wir fahren da jetzt hin, wir teleportieren uns da hin. Das ist ein Grundreizig unterwegs, aber es ist ein Samuel hier. Ich kann mal schnell anhalten, so wie da rechts. Ich habe das nächste gekriegt. Ich habe das nächste gekriegt. Ich hab' auch jetzt wieder sehen. Ich brauche das nächste. Ich werde das nächste mal gut machen. Was ist denn da hinten? perfektes licht ja nie ist klar wie episch die grafik ist war ja nicht eben noch ein schleppschuss ich glaube jetzt mal schön auf den bürger steigen leicht eingedellte motorhäuser naja alles nicht so eng die Hasenbauer mit Lichtgeschwindigkeit Zweifel Schöne solche Flecken Schöne solche Flecken Schöne solche Teile jetzt fahren wir doch nochmal da lang oder auch nicht doch Teile das war noch mal runter 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 so schon nochmal da im Weg gehen wir jetzt mal auf A und Werde das war noch mal runter es sei denn es liegt direkt was auf der Strecke aber das ist doch nicht mehr es ist ja es ist ja es geht es geht es geht es geht es geht Ja, 200 schafft er schon. Schrappschuss. Ok. Ja, 2,5. Ja, 2,5. Ja, 2,5. Ja, 2,5. Ja, 2,5. Ja, 3,5. Was heißt den Blond-Oil? Da ist ein Kopf. Nein. Schauen wir mal, ob alles rauskommt. Da muss ich noch ein bisschen mehr zu drücken, aber es ist nicht gut. Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr zu drücken. Ja, das ist ein Schrappschuss. Da muss ich noch ein bisschen mehr zu drücken. Da muss ich noch ein bisschen mehr zu drücken. So sieht auch gut aus. Ja, das könnte man so stehen lassen. Aber ich würde ihn stehen noch mal um. Ich mache einen Handstand. So, ja. Nicht zu viel machen. Ja, geht genau. Richtig schöne Szene gesetzt. Da geht sowas auch. Das ist heil. So die Plätze. Wird schon auf dem Gehweg lang gepoltert. Hallo? Jetzt haben wir noch mal kurz was ein. So, auf geht's. Alter, da ist noch... Alles mitnehmen, was geht. Die Starbar. Okay. Okay. Wir werden da noch. Nichts, nicht los. Oh, da schon. Ne, nehmen wir jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Hey, du rammst mir jetzt. Guck schon da. Hätte ich dran schon, wenn du mich rammst. Ja. Ja. Ich weiß, was ich spiele. Ich weiß noch nicht, wo es was ist. Okay, Kumpel. Machen wir es. Mach dich auf eine Lektion gefasst. Hm. 2x2x2. Kann aber ganz schön. Ganz schön, ganz schön. Das ist doch nicht. Ich auch. Das ist doch schön. Ich bin eigentlich gerade der schnellste Momentan. Oh, schneller als Bike auf jeden Fall. Oh, der ist doch nur die Schleуска. Genau. Eben. Oh, der ist doch nicht der Fall. Oh, der ist doch nicht. Eine Sekunde, wenn ich hängucke. Xnet-Zuft funktioniert schon wieder so halbwegs. Ich geh mal an meinem Rekord-Office runter. Das war eben zu nahm. Ich würde die Presse mal ausschieben. Das ist perfekt. Ich habe das Teile schon freigeschalten. Das wird die Fernfahrt oder? Ich würde das mal anziehen. Aber ich habe gesagt, er lässt sich richtig viel fahren. Wenn er noch ein bisschen schneller wäre, noch ein bisschen schneller wäre. Dann würde er noch viel viel besser. Ich würde es nicht Complex von Taher herausziehen. Auf geht's! Mach mit einer Fl seek. Ich würde es kurz nachher verlassen. Bitte zu zweifeln. Ich würde es kurz nachher sprechen. Ich würde es schon mal so ruhig sein. Ich würde es kurz nachher tanzen. Ja locker 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 Platz 1 Uh gibt hier richtig viele Punkte. Level 4 schon. Das war doch endlich mal was, oder? Okay, komm doch ins Longhorn in Franklin Terrace. Wir chillen da ab. Bis später. Ja. 2 Körbosch. Ein Körbosch. Zaube. 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 Das ist mal ein geiler Hintergrund. Da gibt es nichts zu meckern. Leute, der Sound. Einfach nur episch. Hey, Manhood drüben im Longhorn. Lasst uns hinfahren und darüber reden. Vergiss es. Ich zieh das durch. Ich kann nicht, Robin. Hab noch ein Treffen. Nächstes Mal, okay? Okay. Kümmert euch um unsere Nubi. Machen wir. Bis später. Okay, Leute. Wir sehen uns im Longhorn. Oh, der ist mal so stocksteif, ey. Ist auch nicht gescheit. So, wenn es klar ist, hier kommt es. Oh, nein. Du musst es schon mal am Arsch haben, ne? Aber wir müssen mal Lust haben. Ja. Wollen wir mal eben kosten. Ach so. Oh, der wollte mal eben kostenlos. Boah, das geht halt ein bisschen jetzt schon. Natürlich. Bisschen schneller, aber... Ich hab's noch mal teil damit. Ich hab's noch mal gerne mit. Und an meinem Firm hier, von der ich mich noch nirgends wohl, würde es aber auch gehen jetzt, aber das bestimmt. Mach ich aber noch nicht, weil das rumfahren kann, ich brauche Punkte, durch Triften oder weiß der Geier. Und deshalb fahren wir lieber die Strecken. Ah, das ist ein Schiff. Ja genau, sehr schön, aber auch geile Hintergrundsagen. Klar, direkt vorm Deiner geparkt. Chefparkplatz quasi. Was? Nein, nein. Ich erklär's euch, okay? Driften ist zu sicher. Es macht einfach keinen Spaß, Mann. Ist halt so. Sagt wer? Du? Komm schon, Amy. Hilf mir mal. Ich liebe es und ich hasse es. Es stört mich, wenn der Motor in den Begrenzer geht. Aber, aber ich find es scharf, wenn ich ihn richtig in der Kurve hab. Ja. Ja. Okay, ich hau ab hier. Kommst du mit? Ja. Okay. Peace. Bis später. Ja. 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 Robin hier. Ja. 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 Ich rufe dich an. Bring dich mit der Szene zusammen. Lautes Chaos, okay. Wenn ich hier mal gespürt bin. Ich wollte mal sagen, wir schauen, dass wir schnell zur Garage ein bisschen was am BAZ machen. Und denkt dran, Support ist kein Mord. Also lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat oder ein Abo, würde ich mich sehr drüber freuen.